es ist ja bist du da bist du komm mal rauf wechseln so ich sehe die eier wo haben wir dich alle um ich bin ich flexibel an welchen also die linie zum beispiel flexibel master mal fragen vorsicht kommt mir ja der barow und zu der rechten von jade war ist schon direkt das erste wie ein reiseführer zur rechten sehen sie ein ein monster das gute oder schlecht eigentlich sein unterschied ob jetzt nur unser schläft oder alles klar zeiten ok ein pull kann ich noch das rainbow roll sind okay dann kämpfe ich mal wieder vorne mal gucken ein eipuls genau monster holt ja mal gewohnt also in dem moment ich jetzt brauche ich ja ein bestimmtes das ist es nicht das was ist das 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 könnte ja darauf sein das ist so genau weiß kräulich sein darauf muss ich achten kann das nicht das geht ja jetzt habe ich gepennt das ist ja der barow gewesen weil ich auf die eier geschaut habe man egal ich komme technisch das bietig das heißt das heißt kaffee ach du mein ähm 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 wir haben sicherlich big round voll bock da rein zu investieren mal gucken also generell mag also ich denke mal so an beide tage so fünf sechs stunden es geht ja es ist dann das weh drücken hier dann geht sie dann hilfst du in der skiller ich kann meinen special move wenn du pump abmachen möchtest dann mein special das ist was tot dann erst recht ich muss ich jeden jede katz ihn selbst triggern oder das weiß ich nicht oder hätte haben müsste ich mal nachgucken ob ich jetzt in der gigante habe dann müsstest du nachschauen wie eine gigante kanzlers weil wenn das dann der fall ist dann könnte ich eigentlich meine monster rausholen dann müsstest dann spaß wie es ist diese arbeit die würde ich glaube ich eigentlich sehr also ich finde das eigentlich ganz cool also ich glaube selbst wenn ich würde glaube ich eine gigante sei also selbst wenn das jetzt zählt ich würde es selbst nochmal machen einfach weil es ja dann in slow also in der normalen geschwindigkeit ist ich finde eigentlich ganz cool ich mag diese dinge ich mag so wird in sowas witzig ich habe das eh nie so dann so ist der kack soll unsere equation ist wieder dabei sollten bei der schnauze solange die katze nicht sagt hey dein briefkasten ist dann gibt es recht dieses verletzte kostüm ja ja stimmt stimmt wenn die katze hat ja sieht ja was er setzte was aus morgen kommt das ist das ist red käse ok wogegen gehen haben auch so nach die eier spielst von den 1 0 ich habe gedacht der schläft da war ich wollte gerade sagen hätten könnten wir holen den habe ich noch nicht immer steht ja gar nicht ich habe das ja das genau das sind ja so striche das sieht ja mehr aus wie ein das müsste es sein hatte ich sehe es noch nicht ich sehe es noch nicht das ist es ja wohl nehme ich mir sogar scheinlich schön legianer ist ja das monster der gute das schläft das schläft mit kisu lass mich kurz gucken monster ist die 48 ok dann pull zu dann mache ich back attack da ist eine gute idee ich habe mal rheinland weg es ist das denn das ist ja der bauch das ist angenaf das ist eine skiller wo sind wohin genau so aus wie von vorne das ist schönes monster ich muss auf kopf wenn man nicht nur der geht es groß sondern auch der name das ist ein iron key zu weil er rot ist ja na dann bin ich durch zwischen erst das was na wenn du fast das hätten egal dann ist das jetzt so als das ist das tut mir leid der ist resistent das hält aus das macht unter 100 wenn ich mit dir nicht wird es die wette nicht nur gewonnen sogar unter 10 sagen können soll jetzt aber lag das er macht eine fähigkeit wahrscheinlich brüht er wieder ne fühlt sich aber auch man dann ist er jetzt schnell wobei jetzt ist egal da gehört mich gar nicht an es ist auf default das heißt schwert oder hammer um Ähm, Asterlust. Was bringt ein Wurfmesser? Wurfwurfs sind Schaden. Hast du gedacht, das tötet ihn? Nein. Ich wusste nicht, wie viel Leben denn er hat. Hätte ja sein können, dass er so wenig Leben hat. Und du dachtest, du tötest ihn jetzt mit ein Wurfmesser. Der hat eine Doppel-Attacke getötet, definitiv. Ach stimmt, jetzt hat er noch nicht begegnet, haha. Ja, genau, den hatte ich noch nicht gesehen. Deswegen wollte ich den auch gerne wecken. Hm, die Flyer doch. Ich glaube, das hättest du, ne? Ja, nice. Backstash! Ich hab dich geholfen. Nee, Gia. Echt nicht? Oh, schade. Na gut. Äh, b-b-b-b-b. Ja, der gab's ja bei dir einen. Echt nicht? Das ist ja bei dir, kiefer. Ach, sag, giefer. Ja, das ist ja bei dir. Soll ich jetzt nicht die Daffel esquär. Oh. Wenn du doch nicht angst. Anwächter. Dich sind es der Daffel. Oh, wo? jawohl wie ist eigentlich doppelang durch schaden erzählt ja nur der schaden den ich dann noch drauf setzte oder weil mit der meiner fähigkeit oder deiner und d und also beide das heißt deiner und den eines partners das heißt in dem fall gerade eben von der gigante und dein schaden okay ist okay nach der quest müsste ich meine zehn minuten pause einlegen das passt glaube ich ganz gut ich hatte gerade irgendwas im kopf wo ich dachte das könnte ich gleich machen aber genau da kann ich mich ja um die eier und so ganz im kram kümmern und so ich drücke manuel ne okay dann wirklich nur er ich will das schön dass das spiel das trotzdem zuletzt obwohl es sagt bitte abwechselnd drücken ja so als wenn da irgendwer gesessen hätte und gesagt hätte wo falls wer zu doof dafür ist lasst nur eine taste zählen und gewinnt trotzdem ja und gewinnt trotzdem man merkt das spiel ist auch für keine fähigkeit für dich aber das überlebt er glaube ich auch nicht mega barrel bomb fast wenn ich jetzt wurfmesser geworfen hätte dann ich ja 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 das ist das ist aber regenbogen ja genau ich weiß gar nicht was das für ist es weiß blau gestreift so zu sagen legiane dann schalte ich mich mal kurz sturm ja dann ist gleich Bis zum nächsten Mal.